Dieser Mann ist ein eiskalter Killer. Dieser ein FBI-Agent, dessen bester Freund brutal gefoltert und ermordet wird. Er schwört Rache, aber die Vorschriften verbieten es. Er wird zum unerbittlichen Ankläger, Richter und Henker. Die Adresse interessiert dich vielleicht. Vielleicht findest du Hevlock da. Er scheut kein Abenteuer, riskiert Kopf und Kragen und macht vor nichts und niemandem Halt. Hevlock! Bei seinen Ermittlungen stößt er auf einen Brutherd von Verbrechen und Gewalt. Aus einem Gegner wird eine Armee. Und sein Kampf entwickelt sich zum Ein-Mann-Krieg. Top Fighter. Nur der Sieg zählt, nicht das Überleben. Treppe! Das war nicht so, wenn du Heimat hast. Die Gebärmsteil sind in der Kirche. Das war nicht so, wenn du Heimat hast!